Diesen grau-braunen... Bitteschön! Es bereiten sich vorher an die Startnummern 100, 200, 3 und 104. Die Stange hat aufgeklappert. Sie hat aufgeklappert. Au, au! Und zwar, als ich von 9 auf 10 ging, da waren ein bisschen deine Gedanken Richtung Orwan. Und dann greift man ja so ein bisschen am Arbeitsplatz an.